Da kommt der Postmann 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 Ja, 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 ja Postmann Postmann Am Bahndamm Da sitzt der Postmann Und wär gern Eismann Oder Gastmann Ja, 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 da passt man Postmann 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 Ja, 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 da passt man Postmann Ja, 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 da kommt der Kloman He, 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 he Rhe, ha, ha, ja, da ist ein ubaustmann Hier ist der Kloman Ja, 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 da ist ein Postmann Bis zum nächsten Mal. Musik Passmann, dein Großmann, ist kein Erfolgsmann Genau wie Antmann, wenn ein Tod das Antmann Milchmann, Kaufmann, Lausmann, Schnellmann, Obmann, Hausmann, Standmann Hauptmann oder überhaupt Mann